Die Wildziege ist eine Säugetierart aus der Familie der Hornträger und die Stammform der Hausziege. Sie ist in mehreren Unterarten im westlichen Asien verbreitet, die bekannteste davon ist die Bezoartziege. Merkmale Wildziegen erreichen eine Kopfrumpflänge von 1,2 bis 1,6 Metern, hinzu kommt noch ein 15 bis langer Schwanz. Die Schulterhöhe beträgt 0,7 bis 1 Meter und das Gewicht 25 bis 95 Kilogramm. Ihr Körperbau ist stämmig, die Gliedmaßen sind kräftig und die Hufe breit. Männchen der Wildziege haben im Winter ein silberweißes Fell, die Unterseite und Teile des Gesichts sind schwarz-braun. Entlang des Rückens erstreckt sich ein schwarzer Streifen. Darüber hinaus verläuft ein schwarzer Streifen im Bereich der Schulter vom Rücken zur Brust. Zum Sommer hin wird das Fell kürzer und die Grundfarbe rötlich-braun. Weibchen sind ganzjährig gelblich-braun gefärbt, weisen aber ebenfalls einen dunklen Rückenstreifen auf. Beide Geschlechter tragen Hörner, die bei den Männchen allerdings deutlich größer sind. Die der Weibchen sind leicht gebogen, 20 bis lang und relativ dünn. Die Hörner der Männchen sind säbelförmig nach hinten gebogen und können bis zu 1,3 Meter lang werden Verbreitung und Lebensraum. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Wildziege umfasste Teile des westlichen Asien. Es reichte von Anatolien über die Kaukasus-Region bis Afghanistan und Pakistan. Bestände im Oman und auf einigen griechischen Inseln dürften auf früh verwilderte Tiere zurückgehen. Sie sind in einer Reihe von Lebensräumen zu finden, darunter Gebirgsregionen bis 4200 Meter Seehöhe, aber auch Wüstenregionen und Waldgebiete. Lebensweise Wildziegen sind in erster Linie dämmerungsaktiv und gehen am frühen Morgen und am späten Nachmittag auf Nahrungssuche. In der heißen Jahreszeit ruhen sie jedoch tagsüber und werden in der Nacht aktiv. Sie leben in Herden, die je nach Lebensraum und Region durchschnittlich 5 bis 25 Tiere umfassen. Weibliche Tiere leben mitsamt ihrem Nachwuchs ganzjährig in Weibchengruppen und ziehen sich nur zur Geburt kurz aus der Gruppe zurück. Männchen verbringen den größten Teil des Jahres in Junggesellengruppen aus rund 4 bis 5 Tieren. Innerhalb dieser Gruppen etablieren sie eine Rangordnung. Zur Brunftzeit schließen sie sich den Weibchenherden an und kämpfen teils heftig mit anderen Männchen um das Paarungsvorrecht. Wildziegen sind reine Pflanzenfresser, die Gräser, Kräuter und anderes Pflanzenmaterial zu sich nehmen. Die Paarung erfolgt je nach Region zwischen August und Dezember. Nach einer 150 bis 170-tägigen Tragzeit bringt das Weibchen zwischen Jänner und Mai ein bis zwei Jungtiere zur Welt. Diese sind Nestflüchter, sie wiegen bei der Geburt rund 2 Kilogramm und können innerhalb von 24 Stunden laufen. Nach rund 4 bis 5 Monaten werden sie entwöhnt bleiben aber bis zur nächsten Paarungs- oder Geburtszeit bei der Mutter. Weibchen bringen mit rund 3 Jahren erstmals Nachwuchs zur Welt. Systematik und Benennung Ursprünglich wurden die Hausziege und die Wildziege als zwei verschiedene Arten beschrieben. Heute werden sie zu einer Art zusammengefasst, laut Entscheidung des ICZN ist der Gekruss der gültige Name. Wilson und Reda unterscheiden die folgenden sechs Unterarten. Die Hausziege ist die domestizierte, heute weltweit verbreitete Form der Wildziege. Die Bezoarziege ist von der Türkei bis Afghanistan verbreitet. Die Chilternziege lebt in Pakistan. Sie ist stark bedroht, es gibt nur noch 500 Exemplare. Bei dieser Unterart dürfte es sich um eine Hybridform zwischen Wild- und Schraubenziege handeln. Die kritische Wildziege lebt auf Kreta und angrenzenden Inseln. Capra Egecris Jurensis kommt auf der Sporadeninsel Diora vor. Capra Egecris Picta ist auf der Kykladeninsel Andemilos beheimatet. Punkt Der Status der letzten drei nur auf griechischen Inseln vorkommenden Unterarten ist umstritten. Nach neueren Erkenntnissen und genetischen Untersuchungen sind diese Populationen allerdings sehr vor langem verwilderte Hausziegen. Zwei weitere Unterarten, die sind Wildziege und die turkmenische Wildziege, sind umstritten. Wildziegen und Menschen Wildziegen wurden schon sehr früh domestiziert. Gesichert ist, dass es um 6000 v. Chr. bereits Hausziegen gab. Nach jüngeren archäologischen Funden im Iran ist es sogar möglich, dass die Domestikation etwa 8000 v. Chr. bereits vollzogen war. Von dort wurden Hausziegen über den Globus verbreitet, da es auf dem europäischen Festland nie Wildziegen gegeben hat. Stammen alle europäischen Ziegen von asiatischen Vorfahren ab, die Wildziege selbst ist in ihrem Bestand bedroht. Die Gründe dafür sind die Bejagung und die Verdrängung aus ihrem Lebensraum durch Haustiere, auch durch Hausziegen. Die UCM listet die Wildziege als gefährdet.